Herzlich Willkommen zurück meine Freunde. Es freut mich, dass wir wieder am Start sind und ich hoffe natürlich euch geht es mindestens genauso fantastisch wie bei allen anderen Videos davor auch schon. Heute kommen wir endlich mal wieder zu einer wunderbaren Retro-Konsole, nachdem wir uns den Pockets Ridebook reingezogen haben und auch den BitBoy Go oder den Retro Mini. Heute schauen wir uns eine unfassbar hochwertige, starke, gigantische Arcade-Maschine an. Für 9,99 Euro beim Action. Ich hoffe für euch, dass ihr einen Action in der Nähe habt, weil das ist der Laden überhaupt. Also falls ihr mir irgendwie die Chance habt in einen Action zu kommen, dann geht da rein. Das ist einfach der Laden. Also mehr will ich doch gar nicht zu sagen. Action! Falls ihr nach dem Video wirklich sagen solltet, ey die brauche ich, dann fahrt in den Action. Für 9,99 Euro gibt es das Gerät dort. Kleine Preise, große Freude. Action! Vergesst auch bitte nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, denn über 80% meiner Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Würde mich freuen, wenn das ein bisschen weniger werden in Zukunft. Also dieselbe Anzahl der Zuschauer, aber mehr davon meine Abonnenten. Ich verstehe schon, was ich meine. Und schaut auch in der Beschreibung vorbei, da ist mein Instagram verlinkt. Das ist ein neuer Kanal auf Instagram. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr da auch folgt. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem Unboxing. Eine wunderschöne Arcade-Maschine mit 240 Games. Ein 2,5 Zoll TFT-Screen. Fünf Stunden Playingtime sind drin. Allerdings muss man auch vier Batterien in das Gerät reinschmeißen und wir sind perfekt vorbereitet. So, was haben wir noch? Wir haben Sports, Puzzle, Shooting und Arcade. Das sind die vier Kategorien, die wir auswählen können quasi. Ansonsten steht hier nochmal dasselbe und nochmal dasselbe. Hier steht nochmal auf Deutsch im Prinzip. Wieder genau dasselbe. Die vier Kategorien, dass wir 240 Games haben, dass bis zu fünf Stunden Spielzeit drin sind und dass wir ein 2,5 Zoll Display haben. Exzellent, Freunde. Exzellent. Wir packen den Schinken jetzt einfach mal aus und schauen, wie das Gerät performt. Dazu nehmen wir ein Messer zu Hilfe, um die Packung ganz säuberlich aufzuschneiden. Zack. Auf ist das Teil. Hoch mit der Klappe. Ist mir jetzt scheißegal, Freunde. So schön ist die Verpackung jetzt auch nicht. Hier haben wir noch ein User's Manual und zwar in Englisch. Wunderbar. Juckt uns nicht. Dann holen wir das Teil doch am besten direkt mal raus. So. Da sieht man, ist schon eine riesen Maschine. Ähnlich groß wie die echten damals. Weg damit. So ein paar nette Sticker hier aufgeklebt. Das sind alle Sticker. Der Controller fühlt sich auch unfassbar hochwertig an. Die Knöpfe natürlich auch. Eieieiei. Ich bin natürlich vorbereitet und habe ein Multitool am Start, sodass wir uns hier der Schraube entledigen können. So. Das sollte reichen. Ja. Drei Batterien habe ich noch richtig im Kopf gehabt. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei, Freunde. Ich schraube den Schinken auch direkt wieder zu. Also wenn die Akkulaufzeit wirklich fünf Stunden betragen sollte, dann verstehe ich nicht, warum die so eine komische Schraube angebracht haben. Weil da muss man alle fünf Stunden im Prinzip die Schraube wieder öffnen. Geht nicht so ganz in meinen Kopf, aber tja, so sind sie. Wir haben auf jeden Fall jetzt Power. Würde ich sagen. Hier ist der On-Off-Switch. Schalten wir das Gerät einfach mal an. Irgendwie wirkt das gar nicht mal so verkehrt von den Farben, muss ich sagen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir irgendein gutes Spiel gefunden haben. Animal Blocker, Bicycle, Blockbuster. Wir spielen jetzt mal Blockbuster. Ich denke mal mit A bestätigt man. Oder mit B. Oder mit Start. Okay. Dann geht es jetzt los. Ein Mitspieler. A, B, Start. Okay. Ready. Wen steuere ich denn? Ach, hier den Kollegen da oben. Den steuere ich. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich habe irgendwas richtig gemacht. Insel 2. Das ist alles auf Englisch, muss man dazu sagen. Was jetzt aber nicht allzu tragisch sein sollte für die meisten. Aber irgendwie checke ich nicht so ganz. Oh. Ja, nee. Das ist jetzt nicht mein Spiel. Wir gehen mal auf Reset. Dann sind wir wieder in der Übersicht. Boatracer. Brotherball. Bug. Bugcatcher. Ich bin ja mal gespannt, ob ich irgendeines dieser Spiele kenne. Oder ob da überhaupt ein bekanntes Spiel dabei ist. Auch ein sehr fresher Sound, muss man sagen. Ach so. Ich muss irgendwas abschießen hier. Ohne dass der komische Roboter das fängt. Boah, ist das ein schlechter Spiel. Nächstes. Jumping Kid. Das hört sich doch nach Mario an, oder? Schauen wir mal. One Player. One Player. Stage One. Im Prinzip muss man da nur über diese Frösche springen, oder was ist das? Aber was ich sagen muss, entgegen meiner Erwartung, ist die Grafik doch ganz okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch auf dem Bildschirm hier so sieht. Das ist nicht verkehrt. Und auch hier die Kontrolleinheiten funktionieren einwandfrei. Also da bin ich dann doch ein bisschen positiv überrascht. Allerdings bin ich jetzt noch ein bisschen angenervt von den Spielen. Weil die alle kacken sind. Können Sie mal gerade noch das Gerät so anschauen. Das hier ist nur ein Sticker. Hier haben wir den Lautsprecher. Sticker. Zwei Lautsprecher. Das ist ja Dolby Surround meine Freunde. Da ist ein Lautsprecher und da ist ein Lautsprecher. Das ist ja fantastisch. On-Off-Switch, den haben wir eben schon gesehen. Tja, das wär's dann auch schon. Wir haben uns das Teil auch mal im Detail angeschaut. Pizza. Ach, da hab ich die Pizza jetzt abgeholt wahrscheinlich. Jetzt muss ich die da hin liefern, oder wie? Hä, ich check das Spiel nicht. Irgendwie fehlen mir auch die Anleitungen. Ah, okay. Da wird dann immer aufgeladen sozusagen. Und dann muss ich da hinlaufen. Ja, Wahnsinnsspiel. Wahnsinnsspiel. Ey, da bin ich ja schon wieder raus, ne? Da bin ich ja schon wieder sowas von raus. Da ist's. Komm, würfeln kannst du, oder? Auch ein Wahnsinnsspiel. Da ist das Ding, Freunde. Da ist das Ding. Wahnsinn. Ja, ne. Ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Also die Spiele enttäuschen mich bisher, muss ich sagen. Ach, hör doch. Au. Was sind das für Scheißspiele? Da war ja... Wie heißt das? Space Impact und Snake war da besser auf dem Locker drin, da ist 10. Erstmal ne Runde Poppel, Freunde. Wie sieht's aus? Ah, okay. Ich drücke A und muss dann hier so... Ah, okay. Ob A beschleunige ich sozusagen, dann muss ich so durch diese Welt fliegen. Das ist das erste Spiel, was ich sagen würde, das... Ja gut, das ist halt so ein klassisches Handyspiel irgendwie, würd ich jetzt mal sagen, ne? Aber das ist okay. Kann man mal ein bisschen öfter zocken, ne? Silent Hunter. Letzte Chance, Freunde. Das ist die letzte Chance. Letzte Chance. Und da bin ich schon wieder komplett raus. Ne. Okay. Also im Action gibt's das Teil, wie gesagt. Falls ihr jetzt immer noch sagt, ich brauch das Ding. Schaut auf Instagram vorbei. Ist alles unten in der Videobeschreibung. Übrigens immer bei jedem Video verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Euer Peter Lustig. Bis jetzt. Okay. Okay. Bye. 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 Bye.